leute was geht die kartenwelt ist mit einem erneuten video für euch am start und zwar diesmal mit einem match text bundesliga so 20 19 20 20 blister und zwar dabei sind enthalten 24 karten und eine limitierte karte ja in diese garantie diese drei sind natürlich garantiert also wer weiß vielleicht bekomme ich schon willis mateta trimmel oder matthias hinter von glattbach ja ich hoffe natürlich dass wir ich packte drei blister aus und dass ich alle drei limmys bekommen ja und damit würde ich sagen beginnen wir mit dem handboxen darin sind enthalten 1 2 4 5er booster und ein limmi und ich würde sagen das limmi päckchen kommt zuletzt und zuerst kommen unsere 4 5er booster zu sehen sind natürlich green rollewandowski dann haben wir jane sancho das ist ginta und dann haben wir hier weiß ich nicht das müsste kognacki sein mal schauen ja die inhalte sind wie folgt ihr könnt gerne auf pause drücken falls ihr das lesen wollt ja dann beginnen wir mit dem ersten booster beginnt mit paco alcazar von dortmund dann haben wir hier serra von kiel wladimir darida von hertha wsc mascarell von schalke bühne meyer von paderborn und das gratis päckchen zweiter 5er booster beginnt mit einem free pack dann haben wir hier william von wolfsburg die manager taktikkarte wieder wladimir darida von hertha wsc dominik heinz von freiburg und josef pausen als club 100 von rb leipzig zu dritter booster beginnt mit fabian johnson von flattbach florian müller von mainz vorales von düsseldorf dominik drexler von köln und sebastian polter als matchwinner von union berlin vierter und letzter booster für dieses unboxing beziehungsweise das limi booster pack kommt noch gratis free pack dann haben wir hier thomas die reining von dortmund diekmeyer von sandhausen bübner von hoffenheim dann kommt hier subotic von union berlin und das erste fc köln club logo ja ja letzter booster für heute und zwar mit einer limitierten karte free pack und dann haben wir hier anthony losila von bochum lukas alario von leverkusen florian kainz von köln starspieler andrei kramaric von hoffenheim und wir haben die le5 mit christopher trimmel von union berlin sehr schön und damit soll es das auch schon gewesen sein mit unserem blister unboxing von dem von der serie von match text saison 19 20 und damit würde ich sagen hoffentlich hat es euch gefallen lasst doch gerne einen daumen nach oben da bis zum nächsten mal eure karten welt